Meine lieben Revolverhelden, die Jane Bell und ich sind zurück und wir sind hier immer noch in der Holdout-Cavern. Ich war mir beim letzten Mal, haben hier ein bisschen gelootet, sind aber nun fertig. Aber ich möchte einmal ganz kurz was schauen. Guck mal, wir haben nämlich Nymph-Relikte noch übrig. Ähm... Was haben wir hier? Schrotflintentalente. Dein nächster Schuss richtet kritischen Schaden an und hat eine Chance von 100% Blutung zu verursachen. Ich verbrauche zwei Kugeln. Das können wir lernen. Wir haben genug. Tada! Bin ich zufrieden. So. Und jetzt gehen wir raus. Ähm... Mal eben ein bisschen rauszoomen. Kultus... Ist hier irgendwas? Kultstätte? Irgendwas Neues? Nein. Oder? Sieht nicht so aus. Unerforschtes Gebiet. Okay, wir gehen da mal runter. Eventuell finden wir da irgendwas. Bisschen Karte aufdecken auch. Oh, der Nebel lichtet sich. Das ist gut. Äh... Jo. Halle der... Halle der Entsühnung. Hier arbeiten die Entsühner zum Wohle der gesamten Menschheit. Das gucken wir uns an. Wer weiß, wer weiß. Was wir da so Schönes finden werden. Lassen wir uns mal überraschen. So. Okay, die sind auf jeden Fall friedlich, glaube ich. Schönen guten Tag. Na, okay. Vielleicht sind sie auch nicht friedlich. Tut mir leid, meine Liebe. Nur die Ergebenden der Geisterhalle sind auf dem Gelände willkommen. Alles. Salut. Oh, oh. Patricia Chirones. Mein Freund hat es nicht verdient zu sterben. Du schon. Heute büßt du für deine Sünden, du Bestie. Äh... Okay. Hören Sie auf damit. Äh... Boah. Okay, das hat nicht so ganz geklappt. Da kam ich nicht rechtzeitig aus dem Wirkungskreis raus. Eieieieiei. Das geht ja schon wieder richtig gut los. Aber ich würde mich trotzdem hier gerne umgucken. Oh, hier. Picasso haben wir auch noch. Aha, aha, aha. Meister der Schlösser. Äh... Kostet drei, okay. Kostet drei. Meister der Zeit. Schnelles Nachladen. Das kostet aber richtig Asche. Jäger. Oh ja, du bewegst dich schneller. Das ist gut. Das könnte hilfreich sein. So. Kiste. Weihrauch. Mhm. Was ist das? Krug. Fass. Rechen und Weihrauch. Naja, brauchen wir nicht. Uninteressant. Leider. Hier kann man baden. Erdhügelversteck. Schaufel. Ah, was finden wir denn da Schönes? Oh, goldenes Pikas. Perfekt. Sieben Dollar. Perfekt. Oh, guck mal hier. Brunnen abdecken. Seil anbringen. Hinabsteigen. Und eine Truhe. Sechs Dollar. Silberklumpen. Amulett. Des nahenden Todes. Ah, okay. Nicht der Hit. Geh mal wieder hoch. Guten Tag. Hier wird anscheinend gebetet. Respekt erweisen. Ein tranquille Gefühl ist über dich. Mhm. Mehr gibt's hier nicht. Anscheinend. Aber hier ist eine Falltür. Okay, wir brauchen Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Wo kriegen wir den her? Hm. Vielleicht von ihr? Bücherregal. Ah, was zu lesen. Vorhang schließen. Kerze. Revolver-Money. Ah, okay. Ich will eigentlich aber nicht klauen. Western Gazette. Okay. Danke. Wir sind jetzt auf dem neuesten Stand. Guck mal, das sieht so aus, als kann man das schieben. Lustig, oder? Verkündet die Worte von Gavan, dem Hirten, auf das ihr Veränderungen übersteht und im Frieden erblüht. Ah, nein. Schriftstück. Oh, Trophie. Was ist das? Bericht eines Werbeholz? Ach, du Heiliger. Stephanie Barnes. Willkommen im Übermittlographenbüro. Wir versenden und erfahren Übermittlung aller Art. Wie kann ich behäflich sein? Okay. Schade, ich wäre da gerne runtergegangen. Ähm... Nun gut. Nun gut. Was gibt's hier denn noch? Eistruhe. Geflügel. Essen erstmal alles auf hier. Ah, Regal. Oh ja, Salat. So. Ist unsere Energie auch wieder voll? Das scheint hier so eine Art Küche zu sein. Kiste. Pfanne? Nee, Pfanne brauchen wir nicht. Okay, Plumpsklo. Alles klar. Dankeschön. Ah, ich glaub, mehr gibt's hier nicht. Gehen wir mal weiter. Ähm... Mem, 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 mem. Wie sieht's denn hier hinten aus? Das ist auch noch alles gar nicht aufgedeckt. Können wir mal machen. Einfach mal rüberlaufen. Schuld und Sühne. Feind er Träumerkraut. A little bit English. Oh, Feinde im Gebüsch. Die Stillwaters haben die aufgelauert. Eieieiei, nicht gut. Äh... Führe Kopfgeldaufträge richtig zu Ende. Ziele, die du am Leben hältst, können eine Vendetta beginnen. Ah, ja, okay. Da ist sie schon wieder. Patricia Chirones. Okay. Moment. Moment. Oh. So, warte, warte, warte. Nachladen. So, das hast du nun davon. Vendetta beendet. Blöde Sau. Durchsuchen. Muni. Verschrotten. Und Dose mit Bogen. Danke sehr. So, Kaktusfrucht. So, dann gucken wir uns hier jetzt erstmal um. Kupferbahn. Okay. Da ist auch noch ein Fass da drüben. Okay. Was haben wir hier Schönes? Das ist alles leer. Grab. Durchsuchen. Vergibt es Foto. Okay. Brauchen wir nicht wirklich. Stillwater Ranger. Einmal verschrotten. Und die Muni hätte ich gern. Danke. Hier vorne ist auch noch einer. Yes. Perfekt. Hier ist noch ein Grab. Das gucken wir uns auch an. Sheriffstern. Okay. Brauchen wir aber nicht. Die hatten wir schon. Ja, ich glaube, dann sind wir hier fertig. So, wie es aussieht. So, wie es aussieht. Okay. Sehr schön. Weiter geht's. Hier mal so ein bisschen die Karte clearn. Grüne Oase. Grüne Oase. Ein einfaches Gasthaus für durstige Reisende. Na, das klingt doch interessant. Schönen guten Tag. Gehen wir mal zu Hause. Gehen wir zu Hause. Äh. Wo ist das Gasthaus? Ich sehe hier kein Gasthaus. Schon ein bisschen mysteriös. Okay, hier brauchen wir wieder so'n Stein, um da reinzukommen. Was sind das hier für komische Gebilde? Können wir das mal jemand erklären? Kann man die kaputt machen oder mal? Ne, schade. Schon ein bisschen mysteriös. Aber ich glaube, ohne diesen Siegelstein kommen wir da auch nicht weiter. Na gut. Dann, äh. Lassen wir das. So, die Ecke fehlt uns hier noch. La, 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 la. Hollywood. Okay. Scheint eine Art Stadt zu sein. Okay, gehen wir nochmal hier hoch. Muss ja irgendwo mal wieder so'n bisschen Träumerkraut sein. Das kann ja gar nicht angehen. So. Silbermine. Die gucken wir uns an. Da muss es doch bestimmt irgendwas Cooles geben. Quailrun Silbermine. Äh. Ja, ich bin auf der Durchreise. Genau. Guten Tag. Keep out. Oh. Erstmal Schloss geknackt. Ja. Und so schnell ist es denn auch wieder zu Ende. Krass. Krass, 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 krass. Ähm. Okay. Planänderung. Wir gehen wieder raus. Äh. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich möchte schon ein bisschen vorankommen auch. Das nervt mich ein bisschen. Wir lassen die mal hier in Ruhe. Ähm. Big Guilchmine. Würde ich sagen. Probier mir nochmal. Oder die... Goldmine. Wir gehen da nochmal hin. Oh. Du wirst verfolgt. Von wem? Von wem? Von wem? Sollen sie kommen? Ja. Na, ganz prima. Holy shit. Oh. Oh. Keine Chance. Wahnsinn. Das Spiel schenkt einem aber auch nix. Du musst ja alles dir hart erarbeiten, ja? Na gut. Ähm. Ähm. Da. Da wollte ich hin. Boah. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Bärensichtigung. Ja. Okay. Gut. Ähm. Ja. Haut ab. Oh. 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 So. Einen haben wir. Zwei. Keine Muni. So. Hau ab. Kackvieh. Äh. Huch. Na, die Bären haben nix Gutes. Also schon, sie haben Fleisch, aber da kann ich jetzt nix mit anfangen. Äh. Gut. Gucken wir mal hier, was hier noch so rumliegt. Na, immerhin ein bisschen Munition. Was zu trinken, ist auch nett. Hier oben vielleicht noch irgendwas. Nö. Na gut. Gehen wir weiter. So. 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 So, jetzt kommen wir wieder bei der Oase vorbei. Oh. Die Kampfgrube. Das gucken wir uns mal an. Klingt interessant. 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 Kopfgeldjäger. Bei den Fluten. Wo stecken die Söldner, wenn man mal einen braucht? Hua Yang. Heda, hab einen Vorschlag für dich. Ich bin die beste Leibwache diesseits des Schweinefressersums. Und das ist dein Glückstag, denn meine Dienste sind noch zu haben. Nur 100 Dollar. Vorerst ablehnen. Ich hab keine 100 Dollar. Ich bin arm. Räuber. Äh, ja. Was muss man hier machen? Reden. Tung Brown. Haben wir ein Problem? Nein. Ich will hier, ich will hier gucken, was hier so geht. Kann man hier kämpfen? Anscheinend. Aber wie? Oder, 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 das ist eine Quest, die wir erst später machen können. Das könnte auch sein. Huch. Jetzt hab ich Muni geklaut. Ich geh mal hier hoch. Guten Tag. Da haben wir ein Seil. Abenteurer-Handbuch. Ein Ratgeber von Dagger and Bones. Regal ist leer. Stuhl, Nägel. Schrank. Goldenes Pigas. Sehr cool. Hier ist auch noch ein Buch. Danke. Okay. Aua. Jetzt bin ich da runtergesprungen. Das wollte ich gar nicht. Verdammt. Ich hab gedacht, ich könnte hier jetzt gegen andere kämpfen. Aber anscheinend... geht das nicht. Hm. Komisch. Gesetzloser? Nö. Aber ich glaub, die mögen mich nicht. So wie's aussieht. Deswegen kann ich hier wahrscheinlich auch nix machen. Schade. Ja gut, dann, äh... Wenn sie nicht wollen... Wenn sie meine Dienste nicht brauchen, dann, äh... Geh ich halt. Ach ja, Steintor. Hier ist auch noch was zu entdecken. Ist ja lustig, ey. Wann soll ich das denn alles machen? Oh, hier ist ne Tasche. Arzttasche ist leer. Schade. Äh... Äh... Haben wir ein Problem? Nein, wir haben kein Problem. Ich will hier teilnehmen. Ah, okay. Die mögen mich nicht. Okay. Tschüssi. Dann halt nicht. Blöd, Männer. Guck mal, hier oben ist auch noch so viel. Ist bestimmt auch noch einiges zu entdecken. Empty Butter. Das haben wir auch schon. Was ist das hier hinten eigentlich? Habe ich da ne Quest? Habe ich jetzt nicht gesehen. Da war irgendwas. So, Ladevorgang. Und? So. Ah, ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Holy shit. Das ist hier richtig mies. Okay. Wie soll ich da denn vorbeikommen? Können wir das mal jemand sagen? Kann ich hier rüber klettern? Oh, ja. Das ist ja lustig. So. Schön durchs Gebüsch. Und hoffen, dass uns hier kein Vieh sieht. Schnell speichern. Man muss ja auch nicht immer kämpfen, ne? Man kann ja auch mal versuchen, das ohne Gewalt zu lösen. Wobei ich glaube, das wird hier nichts bringen. So wie das hier aussieht. Ciao. Okay. Ah. Holy moly moly. Ich bleib hier, ich geh nicht weg. Scheiße. Holy shit. Das war mein letzter. Träumerkraut, endlich. Okay, 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 okay. Jetzt dürfen wir nicht sterben. Ich kann hier auch nicht speichern, leider. Kadaver. Boah, die ganze Mine ist voll. Scheiße. Aber wo geht sie denn hin? Warum bleibt sie nicht bei mir? Hallo? 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 Komm mit. Los. So, ich bleib mal hier stehen. Ich bleib mal hier. Oh, wie fies. Und ich hatte schon das Träumerkraut. Nein! Verdammt. Okay, mal sehen, wo jetzt der Speicherpunkt ist. Ich bin gespannt. Okay. Wir sind wieder hier. Okay, was ich aber versuchen könnte. Ich könnte versuchen, einen so einen Vieh hier zu killen. Träumerkraut nehmen und abhauen. Das könnte eventuell funktionieren. Ah, fast. Fast, fast, fast. Okay. Ich möchte unbedingt wissen, was es mit diesem Ritual auf sich hat. Deswegen fehlt uns noch dieses eine Träumerkraut. Dann können wir das endlich machen. Okay, warte, warte, warte. So. Es sind noch zu viele hier auf dem Haufen. Es ist ein bisschen gemein, muss ich echt sagen. Und weg. Wenn das keep... Wie. Wenn das nicht weitergeht. Yep. Kommen wir nicht weg. Solange Gegner in der Nähe sind, keine Chance. Das ist doch scheiße. Boah, ärgert mich das. Ähm, warte mal. Kann man das irgendwie anders machen? Muss ich tatsächlich da alle killen? So, dann gehe ich erst mal runter. Oh, okay. Oh, come on. Jetzt haben wir auch noch Zombies. Yeah. Ja. Boah, krass, ey. So. Ektoplasma. Irgendwas ist hier noch. Ah, genau. Das hätte ich fast vergessen. Ach, der kommt jetzt mit, oder was? Na, wenn das so ist? Habe ich was zu essen eigentlich? Warte mal. Äh. Dann würde ich mich nämlich mal ganz gerne heilen. Aber sieht nicht so aus. Schade. Oh. Boah, knapp. Ich brauche mal kurz einen Moment Luft, sonst überlebe ich das hier nicht. Hier ist aber auch nichts zum Heilen, ey. Das ist ja unfassbar. Ah, krass. Verfluchte Statue. Ah, nützt nichts. Ich muss mich hier wohl irgendwie vorbeischleichen. Und hoffen, dass ich hier was zum Heilen finde. Haut ab, ihr Schweinebacken. Komm schon, gib mir was zu essen. Oder so. Boah. Shit. Okay, wir mogeln uns hier an der Seite vorbei. Eigentlich wollte ich die Folge schon längst beendet haben, aber das ist gerade so ein bisschen spannend auch. Okay. Oh, krass, ey, wie soll ich denn hier durchkommen? Ah, tot. Okay, Freunde, wir unterbrechen hier erstmal die Folge und gucken mal, dass wir dann beim nächsten Mal hier endlich rauskommen. Das ist eine ganz miese Ecke, aber irgendwie werden wir uns da schon durchmogeln, hoffe ich zumindest. Also, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschö!